Herzlich Willkommen im Landhaus Haftkrug, eine Oase wie geschaffen für Gäste, die das Besondere zu schätzen wissen. Lassen Sie sich von uns verwöhnen. Die individuell im mediterranen Stil eingerichteten Zimmer und Suiten und der Blick auf den malerischen Garten werden Ihnen zur Entspannung verhelfen. Unser Restaurant und die antike Weinstube laden zu kulinarischen Streifzügen ein. Einfach mal dem Alltag entfliehen und die Seele baumeln lassen. Damit Sie Ihren Urlaub so richtig genießen können, verwöhnen wir Sie von Kopf bis Fuß. Anwendung und kosmetische Behandlungen stehen Ihnen im vollen Umfang zur Verfügung. Wunderschön und nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt befinden wir uns in verkehrsgünstiger Lage. Gerne stehen wir Ihnen für individuelle Beratung und Reservierungswünsche jederzeit zur Verfügung.